Willkommen zurück zu einer weiteren kriminellen Folge Saints Row. Freut mich, dass du da draußen wieder ultra kriminell mit dabei bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Es geht weiter, Gewinnspiel läuft, bewerten, kommentieren mit euren Discord-Namen, welche Version ihr wollt. Playstation, PC, Xbox, Discord natürlich in der Videobeschreibung. So wie mein Zweitkanal, für die Leute, die sagen, ey, Saints Row ist nicht so mein Ding, macht doch mal wieder ein bisschen Horror. Auf dem Zweitkanal findet ihr das. Es kommen natürlich auch wieder welche hier auf dem Kanal, aber im Moment, ja, viel zu tun, super viel zu tun. Und da drüben gibt es jede Menge Zeug. So, ich will erweitern, was nehmen wir? Ich will das hier, glaube ich, Repo interessiert mich. Alright. Machen wir. Machen wir es. Ach ja, ich habe mir nochmal diese eine Mission durchgelesen mit diesen kriminellen Vorhaben. Das hier sind die kriminellen Vorhaben. Ich dachte, wir müssen auch irgendwelche Jobs erledigen. Aber anscheinend müssen wir einfach weiter alles ausbauen. Some companies won't touch a job that's too risky or shady or weird. But, we're not afraid to get our hands dirty. We don't need contracts or documentation. If a customer wants it back, we get it back. Cash up front, no questions asked. Meine Freundin Amanda hat gerade ihre Bounty Hunter-License verloren und sie ist wirklich gut an finden Dinge, die nicht wollen zu finden. Sie ist auch ein totaler Badass, also beiniget ihr. Amanda, wo ist deine Crew? Sie sind alle auf Repo-Jobs. Wir haben so viele Arten kommen, wir können nicht weitergehen. Dann können Sie nicht ein paar meiner Weg senden. Ich mache sie. Klar, wenn du nicht deine Hände schraubst, kannst du das Auto-Truck nutzen. Okay, neue Jobs haben wir jetzt hier. Ja, wir sind jetzt offiziell unter den Repos und jetzt schauen wir nochmal hier rein. Hat sich jetzt der Auftrag irgendwie verändert? Ah, falscher Beweisstück. Huh. Ne, irgendwie nicht. Aber hier haben wir noch eine Mission. Na dann, let's go. Und wir müssen uns natürlich noch um die Feuer kümmern für die Nerd-Mission. Die wollen wir auch noch machen. Alter, das Ding ist ein Biest, ne? Hier, zack, weg. Da machst du nichts. Übelst der Totschläger. Bam. Ich finde es geil, Alter. Wenn du das Ding ausmachst. Piu. An diese Schleuder hier könnte ich mich sogar gewöhnen. Was, was treffe ich denn hier immer, was mich total durchbrutzelt? Steht hier irgendwo ein Generator rum oder sowas? Irgendwas brutzelt mir jedes Mal hier die Nüsse weg. Do you think we have enough crate paper? Come again? Crate paper. Do we have enough? Es ist krepe paper, mit einem P. Ja, wirklich. Sorry, Leute, die ist vorbei. Wer sind Sie? Chet Drummond, Marshal General Counsel. Die Saints sind jetzt ein Mitglied der Marshal-Defense-Industrie. Uh, nein. Die Entzündung, die wir haben, als wir hiredet haben, hat eine Non-Compete-Clause. Ich habe viel Geld gemacht. Ich habe es nicht wirklich gesehen. Das ist nicht unser Problem. Mit der Marshal-Defense-Industrie, die Frontier-Prisen, unsere Cargo-Train, und verschiedene andere Assetz, du bist ein Kompetitor. Also, was ist dein Punkt? Pursuant zu Artikel 9, Section 12, Paragraph 36a, du hast all die Rechte und Werte von den Saints zu uns gegeben. Eli? Oh, mein Gott, er ist richtig. Natürlich bin ich richtig. Ich habe das Schreiben für mich selbst. Die Katze gönnt sich ein bisschen Gesichtshaut, weil sie so schön zart und lecker ist. Moment, was? Wo? Wie? Wo? Welches? Oh, ich will das Auto hier fahren. Wir müssen das andere, langweilige fahren. So, bereits. Alle drinnen? 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 Ich habe es gedacht. Ich werde das Auto hier fangen. Ich werde das Auto hier fangen. Aber das wird nicht so, was unser Problem. Es wird so, was meine Angst. Das ist ein Dokument der Verkaufung. Du kannst nur durchführen. Vielleicht versuchen wir unsere Sprache zu nutzen. Das ist gut. Ich werde ihn telefonen und erzähle ihn, warum ich ihn fangen. Ich werde ihn fangen. Ein Schritt in die richtige Richtung. Ich werde ihn fangen. Ich werde ihn fangen. Ich werde ihn fangen. Ja, die Dinger funktionieren wohl auf der ganzen Welt gleich. Boah, ich wollte Klamotten kaufen, aber es wäre nur so ein dämlicher Stand. Ich will doch nur einen coolen Laden. Einmal wieder so einen richtig schönen, coolen Laden, wo ich mich so richtig schön eindecken kann. Der davor war mehr für Frauen als für Männer und ich will Männerklamotten. Gibt es hier keine Herren-Boutique? Ich hätte gerne einen schönen, schicken Anzug. Ich will ein bisschen aussehen wie so ein richtiger Gangster. Ich will aussehen wie so ein richtiger Gangster, ein Mann mit Stil. Was ist nur aus den glorreichen Gangstertagen geworden, hm? Was ist denn hier los? Party? Ach, unsere Jungs sind schon hier. Ja, endlich. Endlich wird hier mal ordentlich reingejizzt. Endlich wird man ordentlich reingejizzt. Was sagt der, Dad is a doornail? Tot wie ein Türnagel? Noch nie gehört den Begriff, noch nie. Aber ihr da draußen wisst es vielleicht besser, klett mich auf. Vielleicht sagt der, hey, b-b-b-b-b. Klar, Dad is a doornail. Kennst du nicht? Bist du dumm? Bullets don't cut, red take. Down for the cow. Alter, er hier mit den Laserknarren. So, ich schnapp mir mal hier die Muni. Oh, oh. Alter, warum explodieren die denn nochmal? Okay, den hab ich verstanden. Hm. So. Oh, die ist besonders Bausi oder wie? Klone erschießen. Ja. Bam. Einfach wegtreten. Nicht würdig. Für den richtigen Finisher. Du wirst nur weggetabdudelt. I don't know what to do to do to Atticus first. Punch him in the face or kneecap him. You could just shoot him. No, I want to draw this out. Make a feeling, you know? Curb stomping? Kind of a pain to haul him outside. None of that will help our cause. You know that right? Then what will? We could tie it up in court. In court? We're criminals. Not in Marshall's books. I'm sure they list this as a corporate acquisition. Play it right and we could drag this out for years. We ain't waiting years. Except for in this fucking elevator. Seriously, what the fuck? What happened? Why did we stop? Security lockdown. We're hoping it from here. Müssen wir uns jetzt wirklich durch die Klonarmee durchschießen? What may I help you? Ja. Das Spiel ist echt so kreativ. Okay. Let's go. Wisst ihr noch diese High-Kanone aus Teil 3? Ich glaub, die war Teil 3, ne? Die gab's schon in Teil... Ich find eh... Also, Teil 4 hat mir schon keinen Spaß mehr gemacht. Teil 3 war cool. Wie gesagt, Teil 2 der beste. Teil 1 war auch cool. Bei Teil 3 gab's aber wenigstens noch so ein paar coole, witzige Sachen, wie eben diese High-Kanone. Die war schon nice. Okay. Weil die Waffen hier, ähm... Sind mir dann doch alle ein bisschen zu... Also, bis jetzt gibt's vielleicht noch ein paar spannende. Ich weiß es nicht. Aber ein bisschen mehr funky hätte man schon reinmachen können. Man muss es ja nicht gleich übertreiben. Also, die High-Kanone fand ich jetzt auch nicht so, dass ich sagen würde, die stört jetzt, ja? Die hatte schon sowas... Witziges. Besonders, weil's cool aussah, ne? Die High-Kanone. Die sah echt cool aus. Haie gehen immer. Haie und Laser sind so zwei Dinge, die gehen immer. Haben wir ne Sniper? That is a doornail. Ich seh' die da oben nicht mal. Alright. Das nützt sowas wie ne Sniper. Alter, was... Die meinen ja wahnsinnig Damage. Okay, weiter, 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 weiter. Ich muss da ran. Ich brauch... Juicy Juice. Au. Bleibarren in der Hose, oder was? Wams. Lass mir die ganzen Kleinen da unten erledigen. Erst mal den ganzen Kleinen Mist abschuten. Dann nochmal einen Muni-Muni-Run. Thank you. Bin dran, bin dran, bin dran. Geht daun. Ist dir aufgefallen, die meiste Zeit erschließt sich wirklich Frauen, ne? Boah, was? Alter, gib die mir ne Clothesline. Lecko, Mio, sind die da oben fies. Ich bin wieder ganz am Anfang, oder? Wahrscheinlich ja. Okay, wir müssen das so machen. Wir müssen uns hier irgendwie erstmal durchsnipen. Die siehst du halt nicht, weil sie sich da oben schön eingefockt haben. Ah, hier unten ist ja auch noch genügend. Der ging erstmal schön daneben. Die schießt halt wirklich Punkt genau. Eui, 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 eui. Die Steuerung ist halt echt klammsi. Nein, du kannst nicht zielen. Ja, das auch, aber die ist trotzdem klammsi. Eine sehr, sehr klammsi Steuerung. Ich zieh die auch nicht. Ich zieh die Snipern aus. Komm schon. Geht doch. So weit. So anständig. Wow, 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 wow Da oben. Jetzt mach ich noch mal Dote. Kann nicht sein, dass sie hier so viel wegstecken. Alright. Nice. Darf ich die behalten? Das wäre echt nett. Sprich mit Eli. Äh, Eli. Okay. Er kennt den Weg. Der Boy kennt den Weg. Ich kenne aber nur Schießen. Das andere kenne ich nicht. Arbeitsplätze durchsuchen. Darf ich die erschießen? Anscheinend ja. Die könnte was haben. Hey, ich mach das nur für die Forschung. No keycard hier. Ich werde dich aufhören. Ich werde dich aufhören. Ich werde dich aufhören. Ich werde dich aufhören. Alright. Later, Gator. Komm mal her, Missy. Komm mal her, du. Du kleiner Schlawiner. Ich liebe die Pistole. Kann mir nicht helfen, aber die ist echt sexy. Boah, ich bin fast tot. Ey, wenn die mal zu lang, dann ist es echt übel. Aber wie schnell ich bin. So, wo ist die Keycard, Ladies? Wo ist die? Irgendwo vielleicht da hinten. Und ich wette, da ist wieder nichts drin. Klar, war doch klar. Ich werde dich aufhören. Ich werde dich aufhören. Ich werde dich aufhören. Ha ha! Dieser Schlawiner ist nichts mehr als ein Tremper Tantrum. Du gehst. Schraubst jemandem, wie du möchtest. Ich werde mich aufhören. Verstöre das ganze Schlawiner. Ich werde mich aufhören. Und es wird nicht verändern. Ich werde dich noch immer. Denn ich habe mehr Lawyers als du hast. In the end, I win. I will always win. Tja, das ist das Problem. Er hat einfach zu viele Anwälte. Der Mensch sollte nicht so viele Anwälte besitzen. So, who's next? Irgendwo da hinten. Er hat einfach viel zu viele Anwälte, der Mann. Es gibt nichts hier. Boah, jetzt kommen sie von zwei Seiten. Alter, was stimmt mit dir denn nicht? Der Space Cowboy hier ist richtig strong. Erstmal hier Ohrfeigen. Erstmal wegfeigen, die Sau. Wo, wo, wo denn? Das ist eine Klonarmee. Also, eine Klonarmee unter den Klonen. Klon-ception quasi. Ich werde ich hier. Ich werde lightweight-klarationen. Jetzt, bleib doch stehen. Ah ah, not me. Okay, wo ist diese Schlüsselkarte? Ist es eine? Alright, wir haben wohl beide recht. Alter, wie viele Klone muss ich denn hier heute wieder erschießen? Too many clones. Oh, der Dancefloor ist ja Wahnsinn. Aber die mögen keine Shotgun. Die Typen hassen Shotgun. Im Gesicht. Was ist das denn hier für einer? Alright, wie kann ich den besiegen? Wow, 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 wow. Kann man nicht in Deckung gehen? Ne. Wie, was mit dem? Ich juck den alles null. Okay, was hast du da hinten? Hast du da irgendwelche Tanks? Auch nicht. What? Krieg mal den kleinen. Wie kriegt man den denn bitte? Klein, Eli, du bist ein Genie, also gib mir mal ein paar Tipps. Oh, jetzt, jetzt. Muss ich erst heiß schießen, die Sau. Oh nein, Eli. Ach, kacke, Eli. Mach nicht diesen. Eli, ich komme. Eli, ich komme. Ich komme. Eli, mach keinen Schmutz da hinten. Oder vielleicht macht doch Schmutz. Oh, was ist das? Get behind them and shoot the pack. Yo. Oh. Mach doch noch eine Runde. Klar, es müssen drei sein, ne? Ein Typ? Ne, euer Ernst, oder? Die arme Sau. Okay, hier ist noch jemand. Aber trotzdem, die beiden... Ich glaube, ihm geht langsam das Personal aus, kann das sein? Hier lang, die 75 Dollar rum. Eli, einfach, einfach fressen. Einfach die Kugel fressen. So, wie es weitergeht in der nächsten Folge. Wir werden kommentieren. Ist nicht schwer. Auf Wiedersehen und... Tschö!